Schönen guten Tag! Mein Name ist Martin Kausch und ich freue mich darauf, Ihnen heute unser neues Verkaufsobjekt zeigen zu können. Hier einige Eckdaten, Bungalow, kleiner Garten mit ca. 340 Quadratmeter Grundstück, Garage, 4 Zimmer, ca. 110 Quadratmeter Wohnfläche. Dieses Haus ist ein idealer Ruhesitz in Rheinbach. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Besichtigung. Bis dann! 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 Bis dann!